Was ist? Ein 1 vs. 1 habe mich für Human entschieden und bekomme es mit einem Ork zu tun. So. Ich spiele natürlich ganz standardmäßig Archmage Foodies. Und später wollen wir mal sehen. Kommt natürlich ganz drauf an, was der Gegner so spielt. Wahrscheinlich ja Phasier, Grunts, Raider. Vielleicht noch ein paar Schamanen dazu. Oder Spirit Walker, aber das wird sich alles zeigen. Vielleicht auch Mass Wyvern. Aber egal was, ich muss mit allem klarkommen. Und das werde ich auch. So. Und ihr wisst Bescheid, liebe Zuschauer. Spampt mir ordentlich die Kommentare zu, was euch gefällt, was euch nicht so gefällt. Ob ihr mehr Casts sehen wollt, mehr Spiele von mir persönlich oder was auch immer. So. Ich werde dir ja gleich einen kleinen Creepspot angehen. Und dann hier das Söldnerlager. Tower baue ich mir rein. Auch schon ziemlich früh. Kein Bock hier, die ganze Zeit gehareset zu werden. Ersten Creepspot mache ich noch ohne Milischar. Zum zweiten ziehe ich sie dann hinzu. Hier wird ja auch immer noch mal gespannt. Ihr braucht meine Hilfe sein. Hier soll zur Arbeit. So. Einsatzehnerei. Gold erfordern. Was braucht ihr? Orbeut ist zum Brauch. Vollerhand der Beweglichkeit gefunden. Power ausbauen. Und Mülle Schein zuziehen. So, gleich mal ein bisschen Verstärkung dazu geholt. Aber schon ordentlich kassiert. Ring des Schutzes. Und ab... Lass mich durch. Ab in den Tech, wollte ich sagen. Ja, mein Lord. Ihr braucht meine Hilfe. Jetzt machen wir hier unten nochmal einen kleinen Creepspot. Dass ich meine Armee erstmal wieder ein bisschen hochheilen kann. Ich geh dann mal. Richtig. Weitere Höfe. Ja, mein Lord. Und sobald das Gold gleich reicht, baue ich den Shop. Ich geh dann mal. Was ist es diesmal? Ja, mein Leben, Schell. Natürlich. Ihr braucht meine Hilfe. Sag das Zauberwort. Verstanden. Da bin ich ja mal gespannt. Was ist... Das ist die Schmiede. Baue ich ein bisschen weiter vorne hin. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Was braucht ihr? Ah. Der ist natürlich richtig hoch jetzt gelaufen. Schon unterwegs. Verstanden. Aber du bist doch drauf. Ja, mein Lord. Ich geh dann mal. Befehle? Jawohl, mein Lord. Was ist das diesmal? So. Erstmal zeigen. Am besten ein bisschen zurück hier. Nun macht schon. In Ordnung. Wollen wir nochmal gucken, ob wir gleich mal die Mine freimachen können. Arbeit ist vollbracht. Was ist? Arbeit ist vollbracht. So brauche ich jetzt natürlich langsam mal das Sägewerk. Wie weit ist der Tag? Der ist schon ziemlich weit. Da bin ich ja mal gespannt. Das ganz mehr Menschen an der Sägewerk. So. Wir sehen uns noch mal ein paar Sägewerk. Perfekt. Mehr Arbeit? Was? Na gut. Ihr wollt eigentlich die Welt gern. Nun macht schon. Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. Ausbau abgeschlossen. Da bin ich ja mal gespannt. Sag das Zauberwort. Mehr Arbeit? Es ist mehr Gold erforderlich. Ihr braucht meine Hilfe. Da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich ja mal gespannt. Gesundheit. Was ist? Was ist denn diesmal? Ja, mein Lord. Nun macht schon. Ja, Harbord? Ihr braucht meine Hilfe. Nun macht schon. Seilkugel. Ja, mein Lord. Ich kann hier nicht bauen. Was ist? Er will natürlich gucken, ob ich schon eine Expansion habe. Ja, mein Lord. Da bin ich ja mal gespannt. Was? Hier, hol ich mir allerdings noch nicht. Ah, das war nur der Wolf, okay. Und go hier. Mountie King auch am Start. Ihr braucht meine Hilfe? Ich kann es kaum erwarten. Was ist? Na gut. Nun macht schon. Geraden und entsichert. Arbeit ist vollbraucht. Nein, da bin ich ja mal gespannt. Was ist denn hier? Ja, ja, ja. Jo. Der Starium und ein Taurentodon. Geht mir was zu tun. Ich komme, um dieses Land zu lottern. Perfekt. Was braucht ihr? Was ihr wolle. Mehr Arbeit. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Da bin ich ja mal gespannt. Wartet, bis ihr mich in Aktion schiebt. Nun macht schon. Schmantel der Intelligenz. Verlernst der Intelligenz. Ihr braucht meine Hilfe? Und rüber zum anderen Shop. Ja, mein Lord. Ich gehe dann mal. Ja, mein Lord. Arbeit ist vollbracht. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ihr braucht meine Hilfe? Nun macht schon. Also, dann schnell umlegen, wegen dem Blitzschild. In Ordnung. Geht mir was zu tun? Hier kann ich. Geht mir was zu tun? Klaus auf Attack. Aus dem Weg. Da bin ich ja mal gespannt. Was auch immer. Mehr Arbeit. Mehr Arbeit. Ich kann hier nicht. Ja, mein Lord. Wichtig. Was ist es diesmal? Ihr wollt Axt. Ausbau abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Wartet, bis ihr mich in Aktion seht. So. Was ist? Ich gehe dann mal. Ihr braucht meine Hilfe. Arbeit ist vollbracht. Wartet, bis ihr mich in Aktion seht. Da bin ich ja mal gespannt. Geht mir was zu tun? Perfekt. Arbeit ist vollbracht. Ich kann es kaum erwarten. Mehr Arbeit. Na gut. Ja, mein Lord. Was ist das diesmal? Hm? Genial. Befehle. Arbeit ist voll. Arbeit ist voll. Hi. Ist meine Hilfe von Nöken? Es ist mehr Holz erfordert. Oh, zu wenig Holz. Nun macht schon. Das altbewährte Problem. Da bin ich ja mal gespannt. Ihr braucht meine Hilfe. In Ordnung. Und den hat er immer noch nicht freigeklippt. Das hungert noch ein bisschen. In Ordnung. Was ist? Ausbau abgeschlossen. Oh, wirklich viel zu wenig Holz. Dambahn. Da bin ich ja mal gespannt. Sofortiger Rückzug zur Expansion. Der Attack auf Tier 3 dauert noch ein Stück. Nun macht schon. Wartet, bis ihr mich in Aktion seht. Ihr braucht meine Hilfe? Ihr braucht meine Hilfe? Nun macht schon. Bereit zur Arbeit. Ich kann es kaum erwarten. Da bin ich ja mal gespannt. Ausbau abgeschlossen. Bereit zur Arbeit. Ich versuch's mal hier oben rum. In Ordnung. Ich kann es kaum erwarten. Da baut er sich die Exe auf. Was auch immer. Hm? Perfekt. Ausbau abgeschlossen. Bereit zur Arbeit. Was ist es diesmal? Ich kann es kaum erwarten. In Ordnung. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Geht mir was zu tun? Ausbau abgeschlossen. Was ist es diesmal? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Richtig. Es ist mehr Holz erforderlich. Ich geh dann mal. Ja, mein Lord. Nun macht schon. Wartet, bis ihr mich in Aktion seht. Da bin ich ja mal gespannt. So, dann haben wir ja noch den Kleinen. Ihr braucht meine Hilfe? Was ist es diesmal? Ihr braucht meine Hilfe? Halt. Es ist mehr Holz erforderlich. Sehr gut. Da bin ich ja mal gespannt. Nun macht schon. In Ordnung. So, jetzt nehmen wir uns hier die große Turtle vor. Wie viel kostet das? 150 Holz. Ja, komm. Machen wir erst ein paar neue Höfe. Ich geh dann mal. Richtig. Forschung abgeschlossen. Ihr braucht meine Hilfe? Ich lebe um allem. Ich bin jetzt auch dabei. Ich bin jetzt mal gespannt. Sag das Zauberwaffe. Ist jemand verletzt? Gebt ihr was zu tun? Hier komm ich. Nun mach ich rum. Ich erwarte euren Bewege. Ja, mein Liegen. Ihr braucht meine Hilfe? So, hier gibt es ja dann diese Wiederauferstehung. Forschung abgeschlossen. Ja, bin ich ja mal gespannt. Was verlangt ihr von mir? Für die Erde. Forschung abgeschlossen. Arbeit ist vollbracht. Nein. Hebt mir was zu tun. Der Zahn ist auf euren Befehl. Bereit zur Arbeit. Ich habe keine Angst. Stärkundchen gelegen Zörer. Das lassen wir mal auf dem Parler. Ich kann es kaum erwarten. Perfekt. Perfekt. Mehr Arbeit? Ich gehe dann mal. Unsere Streitkräfte werden an. Oh Mist. Daumen an. Oh Mist. Daumen an. Was ist das? Lies mal, bis ihr mich in Aktion seht. In Ordnung. Gebt mir was zu tun? Da bin ich ja mal gespannt. Ja, nun los. Nun macht schon. Lass mich der Gefahr. Ihr braucht meine Hilfe. Nicht genug, Marner. Ich habe keine Angst. Wartet, bis ihr mich in Aktion seht. Baut schon. Nun macht schon. Oh Gott. Was verlangt ihr von mir? Wie er wünscht. Für mein Volk. Ich habe mal gespannt. Bewegung. Was ist denn die Gefahr? Auf eurem Befehl. Was verlangt ihr von mir? Ich habe mir was zu tun. Bewebung. Forschung abgeschlossen. Ich habe keine Angst. Da bin ich ja mal gespannt. Hat ja echt eine Menge dabei. Es soll geschehen. Was ist denn die Gefahr? Bis ihr mich in Aktion seht. Nun macht schon. Den holen wir uns auch noch. Und, ich würde sagen, gut zurückgeschlagen. Ups, da war noch eine Falle. Nun macht schon. Aber das war nicht übel. Was? Ja, mein Lord. Na gut. Ja, mein Lord. Ich gehe doch mal. Neu-9-Tower. Da bin ich ja mal gespannt. Und jetzt brauche ich natürlich unbedingt ein neues Teleport. Da bin ich ja auch schon abgeschlossen. Was ist das diesmal? Perfekt. Lasst mich der Gefahr trotzen. Ich erwarte euren Befehl. Was verlangt ihr von mir? Arbeit ist vor mir. Braucht meine Hilfe? Das ist voll der Hammer. So, Griffin gegen Tauern natürlich extrem stark. Da bin ich ja mal gespannt. Ich kann es kaum erwarten. Nun macht schon. Was auch immer. Ich kann erst mal hier gucken. Da bin ich ja mal gespannt. Arknade schnärzt sich auch. Level 6. Ich erwarte euch im Befehl. Ich habe mich gelten. Ich komme um dieses Land zu lotern. Was ficht euch an? Gibt mir was zu tun? Bruch der Toten. Ich komme um dieses Land zu lotern. Ich komme um dieses Land zu lotern. Ihr braucht meine Hilfe? Ist jemand verletzt? Ei. So, den ersten Griffin am Start. Ich muss hier nochmal ein bisschen Rabatz machen. Ja. In den Chaosbau abgeschlossen. Ist meine Hilfe von nötig? Errichtet mir keine Hand zu leutern. Nun macht schon. Wartet, bis ihr mich in Aktion seht. Lasst mich der Gefahr. Hier ist auch meine Hilfe. Voller Fokus auf den Phasier. Er fällt. Das sieht sehr, sehr gut aus. Jesse kriegt auch nochmal einen Bolt. Paladin, nächste Level ab. Jetzt einmal Unsterblichkeit. Da fällt der TC. Level 6. Gegner geht raus. Runde gewonnen. Ja, war halt der perfekte Counter. Und ich hoffe, das Game hat euch gefallen. Und wenn ja, Daumen hoch bitte nicht vergessen. In diesem Sinne bis zum nächsten Game. Euer Ran. Euer Ran. Euer Ran. Duer Ran. Duer Ran. Duer Ran.